malzeit freunde willkommen zurück bei nico der rico und dem level schrott hat mann sind was wieder ein boss sein sollte der boss vom schneeland und wir schauen mal was hier so abgeht kann ich da draus springen macht mir das schaden wir testen es einmal mal ok nice damit haben wir also das n schon mal drauf und hoch und schmerzen das ist halt so interessant ja das war wichtig das war wichtig die flakons brauchen wir noch zack flakons fläschchen ich weiß nicht was es sein soll leute was passiert wenn ich hier oben von so einem die betroffenen werde ach hier kriege ich schaden oder was ne ist ja geil na gut wenn wir jetzt eh schon schaden hatten können wir auch immer durch rennen hopp und holen uns hier natürlich ein herzchen so zwei herzen haben wir ja achso das sah so komisch aus mit seinem bauarbeiter bergbauer helfen was man sich machen die wenn die uns anrollen machen wir uns schaden aber sonst sind kumpels oh mein gott das darf ich nicht kommen sehen hey was ist denn diesen jetzt brauche ich hier noch irgendwas zum drauf springen ich glaube es nicht ich glaube jetzt alles ändern dann das iran meine ich in dem besterben sonst bauen wir noch mal da müsste theoretisch der reiten noch mal kommen ja jetzt wo ich hier sonst wo bin kommt da oder was ja marsch ich würde gern noch mal sterben also der reifen kommt auf jeden fall haben wir auch gesehen das heißt wir warten auf ihn und springen mit in der luft war recht der brä hier schon der reifen so jetzt wollen wir jetzt noch was ich kann weiter gehen noch mal kurz nach rechts hier das ist gerade die frage da muss ich noch mal schnell nach hinten oder ich weiß es nicht wo geht es denn weiter es geht bei beiden strecken weiter ich glaube ich hier ist dann Ende naja hier ist bloß ein bisschen Bonus Gott sei Dank gibt es nicht mal ein kristall oder was oh nein wir haben ein secret room finde den Schlüssel hm da war ich zu schnell was jetzt wichtig ist haben wir das i jetzt eigentlich noch so jetzt wissen wir was uns erwartet jetzt kriegen wir das auch so hin ja wenn man weiß was kommt ja ist es einfach so genau dann können wir jetzt hier weiter hier werden wir wahrscheinlich ja dieses mal clean rüber kommen der voll dort um das ist mir egal block den wir mit oh weiß sie was denn das spinnen steinspinnen oh mein gott oh hey 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 nicht so so ein checkpoint immer wieder nice ducken brauchen wir uns glaube ich nicht ich weiß gar nicht ob ich die umrutschen kann aber ich will es auch nicht testen wenn ich wenn ich also wenn ich rv habe hmmm uncool ach so wir brauchen den um alles klar die brauchen den zwischenraum um nach oben zu springen quasi um nach oben zu springen quasi drüber zu springen wie auch immer ja na ja was willst du denn machen wenn ich eh ist doch Arsch Das war's für heute. Das ist ja ein interessantes Level, I mean, come on. Ich hätte es auch durchlaufen können, aber wollte ich jetzt nicht. So, und ich habe das Gefühl, müssen wir jetzt nach unten, wo die Reifen herkommen. Was müssen weiß ich noch nicht, ich guck mir das nochmal an. Das sieht dann fast so aus, dass man hier reingehen kann. Super, nur noch ein Leben. Oh, natürlich. Oh, dass der so früh fällt. Oh, krass, ja. Oh, krass. Ah, wir haben hier einen Spolen. Gut, perfekt. Den Hack sollten wir auch mitnehmen. Danke. Gut, die Kanonen rutschen, das würde ich wissen. Ach so, bleibt denn der Reifen? Oh, ich hab's Karl übersehen. Wo hab ich denn das übersehen? Schöne Achso der Der rollt mit Ist doch frech Na gut Freunde Dann muss ich wohl nochmal reingehen Was ist das hier? Und den einen Secret Room Und das Kauf für euch Reinschneiden Also erstmal suchen Finden Abschließen Und mit reinschneiden Und ich würde sagen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal